Ich befinde mich gerade am Romsdal-Fjord in Mittelnorwegen. Ich habe hier eine Steilwand ausgewählt und habe jetzt hier die Crawl montiert. Oh, hängt wieder. Hier reißt man so krass ab. Ich habe keinen Bock mehr. Und da ist der Fisch. Ich habe fünf Würfe, glaube ich, gemacht, maximal. Da ist er. Yes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Firstcast TV. Heute wieder aus Norwegen. Mein Name ist Florian Over und ich befinde mich gerade am Romsdal-Fjord in Mittelnorwegen. Der Plan für heute ist es, vom Ufer auf Dorsch, vielleicht sogar mehr Forelle zu angeln. Für Pollack ist es wahrscheinlich noch ein bisschen früh, also es ist relativ früh jetzt in der Saison. Aber wir werden alles ausprobieren. Ich habe eine Route mit Texas Reak vorbereitet, mit Dropshot, mit normalen Jigs. Also wir werden alles probieren und schauen, dass wir da heute was Schönes aus dem Fjord rausziehen. Wetter ist top, also sieht richtig gut aus. Ich bin mega heiß. Es sind jetzt ungefähr 20 Minuten bis zum ersten Spot. Von daher keine Zeit verlieren. Ab an den Platz, die ersten Würfe machen. Los geht's. Ganz schön langer Weg, aber die Kulisse ist mega. Und ja, ich hoffe, der Spot funktioniert. Endlich am ersten Angelspot angekommen. War eine ganz schöne Wanderung, aber jetzt heißt es, die ersten Würfe machen. Vorher noch ganz kurz paar Infos zum Spot. Ich habe hier eine Steilwand ausgewählt. Hier will ich anfangen. Ist ja vor allem immer ganz gut für Pollack, aber auch nicht schlecht für Dodge. Hier vor den Füßen geht es auch schon ganz schön runter. Und ich werde mich jetzt gleich hier vorne auf die Landzunge, da wo die Wellen gerade drüber schwappen, da würde ich mich hinstellen und dann eben quer hier rüber werfen. Und ich habe eben die Polbrille mal angezogen. Rechts davon, in dem Bereich, da ist ein Tangwald. Also Kelp, Tang und sowas. Ist natürlich auch immer ein guter Spot. Vielleicht da gleich mal so ein paar Offset-Geschichten präsentieren. Texas Rig, Carolina Rig. Ja, Angriff würde ich sagen. Ich schnappe mir jetzt den Jig und dann geht's los. Ich werde mal hier mit einem 3,5er Predator anfangen. 20 Gramm Kopf. Jo, das sieht doch gut aus. Ab zum Spot. Ein bisschen aufpassen. Ja, ich habe eben noch mal Schuhe gewechselt. Ich glaube, das war nicht schlecht. So, das sieht doch gut aus. Und wie gesagt, jetzt kann ich hier richtig schön parallel zur Steilwand feuern. Lügeln natürlich auf beim Absinken. Ja, was war das? Ich glaube, das war der erste Anfasser. Ich habe nur so komisch angestupst. Jo, da war der Biss. Doch, Fisch. Da war Fisch. Nochmal nachgefasst. Das ist die Frage. Vielleicht kleine Pollacks. Die zubbeln oft hinten an den Schwänzchen rum von den Gummifischen. Der Gummi ist auf jeden Fall komplett frisch. Weiß ich jetzt nicht, ob man das sieht. Aber war auf jeden Fall Biss. Ach, ist Leben im Wasser. Weitermachen. Jo, Fisch. Da ist er. Endlich. Ja? Glaube ich gar nicht. So schlecht. Auf dem geleierten Gummifisch. Mal gucken. Also, vom Kampf her, von den Fluchten, fühlt sich wie ein Pollack an. Oder? Oder? Ist hier in der Vertikalen? Oh, macht sich jetzt schwer. Kann auch ein Dorsch sein. Können wir mal ein bisschen aufmachen. Ui. Ne? Ah doch, Dorsch. Schön. Nice. Hat auch gut reingetockt, der Kerl. So, jetzt muss ich hier mal... ...durch ran schleichen. Ohne den Abgang zu machen. Aber der ist echt nicht schlecht. Da ist er. Mega. Der ist doch schon echt gut. 60, 65 hat er. Krass. Was so schnell geklappt hat. Mega geil. Und hat hier... ...den Predator vollgenommen. Hammer. Geil. Was ein Start. Richtig guter Dorsch. So, fürs Ufer hier, ähm, doch. Also echt nicht schlecht. Ähm, ja. Jetzt am Ball bleiben. So, weiter geht's. Angriff. Jetzt wird wieder geklettert. Von offenem Bügel absinken lassen. So, leichtere Route geschnappt. Äh, jetzt ist es richtig leicht. Jetzt glaube ich 17 Gramm hat die Wurfgewicht. Aber eine gute Schnur drauf, also... ...die trägt 7, 8 Kilo, wenn man da mal richtig gegenhalten muss. Und hab jetzt hier die, äh, Craw montiert. Das große Modell. Ähm, ja. Texas Rig. Das sollte doch gut gehen. Und die werde ich jetzt hier vorne mal, ähm, in den Pflanzen präsentieren. Bin gespannt. Probieren wir jetzt mal eine Viertelstunde. Wenn das nicht geht, laufen wir ein bisschen hier am Ufer entlang. So. Probieren wir das jetzt mal hier. Ja, jetzt prügt man so ein bisschen das Kraut. Wir angeln auf jeden Fall gut im Grünzeug hier. Schauen wir mal. Na, ja, Fisch. Krass. Ui, ui. Ai, ai, ai. Pollack. Müsste Pollack sein. Ui. Geil. Was ist hier los? Schön von den Pflanzen weghalten. Das ist kein... Das ist natürlich jetzt eine 17 Gramm Rute. Ähm, aber ist kein kleiner Fisch. Ist die Frage. Ja, der hängt in den Pflanzen drin. Ich merke es richtig. Das ist natürlich... Ui, ui, ui. Bin gespannt. Ist das nicht so schlecht? Kann man so ein bisschen zumachen? Was haben wir da? Hat sich gut verkauft auf jeden Fall. Der Pollack, schön. Und gar kein so schlechter. Ich glaube, das war der dritte oder vierte Wurf jetzt. Jetzt stehe ich hier komplett in den Wellen trennen. Aber ist egal. Geil. Ja. Da ist er. Schön im Maulwinkel gehakt, Leute. Geil. 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 convergence. Geil. Geil. Geil Ja. Geil. Da hat der schöne Pollack hierzu gepackt. hat den Köder auch richtig gut genommen. Offset Haken, hing perfekt. Ja, 60er, mega. Richtig, richtig gut. Weiter geht's. Bisschen auf Tiefe kommen lassen das Ganze, ist wichtig. Ich merke es richtig, wie durch die Wasserpflanzen quasi durchschleift der Köder. Auf jeden Fall kühlt der Wind ab. Und da ist der Fisch. Das ist glaube ich nichts Großes. Oder? Ist schwer zu sagen. Ne, ist auf jeden Fall kleiner als der erste eben. Und was haben wir da? Dorsch. Kleiner Dorsch. Witzig, steht er hier auch im Kraut. Der Hammer. Die Craw hängt im Maulwinkel. Cool. Hier ist der Dorsch. Kein Riese, aber schon vorzeigbar. Köder habe ich schon gelöst. Das war wieder hier die Craw. Ja, mega. Also richtig, richtig cool hier. So, mal gucken. Der hat flach gebissen. Ob der wieder schwimmen will, der Bursche. Jo, da geht er. Weiter geht's. Fisch Nummer drei, ist verarztet. Abriss. Das ist unfassbar. Hab gedacht, ich hätte einen Biss, aber wirklich, die Steinkanten hier sind so verdammt scharf. Probieren wir mal. Das Dekor hier. Jetzt häng ich hier in der Uferkante ein. Im Tank drin. Kelp. Ja, ist schon weg. Ja, Abriss. Oh, hängt wieder. Das ist so krass. Hier reißt man so krass ab. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, das kann nicht wahr sein. So, das war es wirklich jetzt für mich. Oh Gott, ey. Das war eine ganz schöne Lauferei. Aber hat sich gelohnt. Der Spot hat funktioniert. Und ja, jetzt ab zum nächsten Spot. Könnte auch ganz gut für mehr Forelle sein da. Aber wir werden gleich sehen, was da geht. Erstmal noch eine halbe Stunde Auto fahren. Und dann hoffentlich können wir noch ein bisschen was nachlegen. So, die gehen wieder rein. Runter. Kamera kommt mit. Und ab geht's. So, Leute. Zweiter Angelplatz. Ich hab hier so einen kleinen Hafen angesteuert. Sieht richtig gut aus. Ich werd jetzt auch mal im Thronenbild einblenden. Und zwar zur linken Seite hier rüber. Da hat man ja die Hafenmole. Und dahinter zieht sich hier vorne quasi so eine relativ tiefe Kante entlang. Und je weiter man jetzt nach rechts kommt, hier rüber, desto flacher wird's. Wird auch richtig sandig darüber. Man hat teilweise so Tankfelder. Ja, quasi diesen Leopardengrund. So wird's der Meerforellenangler nennen. Und damit hab ich jetzt auch grad begonnen. Ich hab jetzt den Predator montiert. Meine Erfahrung, Gummifisch absolut guter Köder für Meerforelle. Aber es gibt viele Fehlbisse, wenn man klassisch mit Schickkopf angelt. Von daher der Stinger. Hab so einen kleinen Twinexhaken da rein gebastelt. Ähm, ja. Bin gespannt. Probier ich aber auch heute zum ersten Mal. Ähm, ja. Machen jetzt paar Würfe. Wenn das mit der Meerforelle nicht klappt, dann wird wieder auf Dorsch geangelt. Und es ist oft auch so, äh, an den Plätzen hier, wenn der Meerforelle da ist und die beißen will, dann hat man die auch relativ zügig drauf. Von daher, ähm, ein paar Würfe machen. Wenn jetzt keine Reaktion kommt, wenn es keinen Biss gibt, dann, äh, versuchen wir hier noch einen Dorsch zu fangen. Oder einen Pollock. Wer weiß. Keine mehr Fräule am Blatt. Wir wechseln mal aufs Tropshot. Probieren wir das mal. Wie eben angekündigt, schicken wir jetzt mal den Nace and Dale, den Pintail, am Tropshot ins Rennen. Ähm, bin gespannt. Hab noch nie im Meer mit Tropshot geangelt, ehrlich gesagt. Aber, das Problem, was man ja eigentlich immer hat, ist die Wurfweite und wie lange man seinen Köder, sag ich mal, im effektiven Bereich halten kann. Ähm, die Kante, ja, die startet irgendwie so auf halber Wurfweite, würde ich sagen. Also, ich sag mal, der halbe Wurf ist effektiv. Da hat man den Köder in der effektiven Zone. Jetzt müsste der unten sein. Und ich würde das wie beim Thunder und Barsch angeln einfach machen, dass man so Schläge in die schlaffe Schnur gibt. Dann schießt der so hoch. Dann lässt man wieder an schlaffer Schnur ein bisschen runter taumeln. Dann wieder einen Schlag in die schlaffe Schnur. Ist natürlich keine Methode jetzt hier im Meer, um Strecke zu machen. Aber wenn man weiß, der Spot ist gut, dann kann man damit natürlich sehr effektiv angeln. Ja, das war heute Morgen schon. Ähm, richtig gut. Aber wir waren auch zur besten Zeit am Platz. Also zur Flut, zum Höchststand. Die Stunde vorher, Stunde nachher ist eigentlich auch immer die beste. Man sieht es auch jetzt schon. Äh, fast wieder einen Meter runter, das Wasser. So, was damit? Last cast. No. Nix zu holen hier. Das Spotwechsel. Wir sind am letzten Spot des Tages angekommen. Der Hafen von Andalsness. Man sieht im Hintergrund auch das Hurtigroutenschiff liegen. Ähm, also ist relativ tief, wenn so große Schiffe, Boote hier anlegen. Die letzten Stunden waren ein bisschen zäh. Aber ich gebe mein Bestes. Ich werde jetzt, glaube ich, mal mit Dropshot starten und hier vorne zwischen den Booten ein bisschen hin und her angeln. Nachher nochmal jicken. Mal schauen. Ich habe mir mal zwei Routen geschnappt. Einmal einen normalen Jick und einmal Dropshot. Mal sehen. Jetzt geht es hier runter. Video. Also ihr seht, wie viel Wasser hier fehlt. weil hier direkt wenn ich falle, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das bleiben oder irgendwie, wenn die Kante gerollt ist oder ob da was tatsächlich was gezöbelt hat. Come on! Okay, damals ein Biss. Ich habe nur zwei von diesen Pintails. Einer ist weg. Ich bastel mir noch mal schnell ein Texas Rig zusammen. Das war ja heute Morgen tatsächlich am effektivsten hatte ich das Gefühl. Here we go! Kleine Crawl am Texas Rig. Das auf jeden Fall jetzt mal probieren und ich glaube wir werden mal auf die andere Seite wechseln. Da ist ein bisschen tiefer ins Wasser. Also jetzt gerade hier alles zusammen packen. Ab darüber. Und hoffentlich noch einen Fisch fangen. Gibt's ne kleine Kletterpartie hier. Das Baustellengelände. Sollte doch klar gehen. So, jetzt sind wir quasi wieder auf Augenhöhe mit dem Wasser. Hier unten drunter gleich ein paar Würfe machen. Ja, da hinten vor das Schiff feiern. Fangen wir mal mit dem Texas Rig an. Hier ist das Sandboden. Man sieht es ja hier am Rand. Ich schleife jetzt hier die Crawl einfach mal schön über den Sandboden. Wahnsinnig. Ja Leute, es kann nicht wahr sein. Jetzt hier nochmal den kompletten Flachwasserbereich mit Texas Rig abgesucht. Richtig schön langsam geangelt, geschliffen. Brutal. Wirklich Seife kauen angesagt. Schwierig einzuschätzen, wie tief sie jetzt wirklich ist. Aber irgendwas zwischen 5 und 10 Metern, würde ich sagen. Aber nicht allzu tief. Jo, da ist er. Yes. Kein Riese ist kein großer Fisch. Aber was ein Einschlag. Oh, stundenlang. Kein Biss gehabt. Das ist wirklich kein Riese. Aber Fisch. Oh, yes. Müsste auch ein Dorsch sein. Vom Feeling her. Kleiner Dorsch. Den werde ich auch direkt hier im Wasser verarzten. Glaube ich. Da ist er. Da ist er. Was hat er? 40? 45 vielleicht? Komm. Auf den orangenen Predator. Komm. Gib ihn her. So. Da ist der Köder. Und da ist der Fisch. Ähm. Da brauchen wir nicht jetzt extra die große Kamera zu holen. Aber ja. Endlich. Was für ein erlösender Fisch. So Leute. Ich mache Feierabend. Bin ziemlich im Eimer. War ein langer Tag. Aber ich will mich nicht beschweren. Heute Morgen ging es ja richtig, richtig gut los. Der erste Platz hat wirklich gut geliefert. Ähm. Drei schöne Fische. Die zwei anderen Plätze haben jetzt nicht so performt. Ähm. Aber so ist das. Wie gesagt. Äh. Wir haben noch relativ früh in der Saison. Wenn man das Ganze im Juni, Juli, August macht. Ähm. Hat man da auf jeden Fall eine bessere Frequenz. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Wenn es nach Norwegen geht. Packt euch Barsch-Zander-Teckel ein. Ihr habt gesehen. Äh. Das macht Laune. Und ja. Eine gute Beschäftigung auch. Wenn man mal einen Windausfalltag hat. Und nicht mit dem Boot rausfahren kann. Ähm. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen. Und äh. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal.